Ich bin jetzt offiziell fertig mit allem was ich machen wollte. Ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr rennen. Peppy verteidige mich, verteidige mich. Bevor ihr losgeht, könntet ihr mir bitte noch ein bisschen Weizen bringen und ein paar Cobblestones? Ja warte, ich hole schnell. Danke dir. Weizen, Cobblestone. Aber vergess nicht, wenn du suchst, dann geh einfach an meine Mine. Ist Cobblestone nicht noch übrig bei mir im... Wir haben noch mega viele Steaks hier. Peppy? Ja, ich hab 48 Steaks. Ja, ich hab jetzt auch wieder einen Steak voll. Wusstet ihr, das Spinnen, 16 Leben haben? Ne, ich geh jetzt weiter weiter töten. Also, gehen wir bei Tagesanbruch dann los? Ich will jetzt los. Jetzt schon? Ja gut, dann mach ich mir jetzt schon eine Bereitung. Ihr könnt mir auch schnell was vorbeibringen und dann erst losgehen. Was brauchst denn du? Ich brauch ein paar Cobblestones und Weizen. Geh doch einfach runter und guck danach. Aber ich werd hier belagert. Ja, dann tötet ihr halt. Achso, du hast Schiss vor denen, gell? Ich bring dir schnell Essen vorbei. Ich muss mich grad noch Kartoffeln farmen. Ich glaub, ich nehm meine Köder 2-Angeln mit. Falls ihr mal langweilig wird, ne? Äh, falls ihr euch nicht entscheiden könnt, welches Pferd ihr jetzt nehmen wollt. Achso, stimmt. Wir brauchen Weizen für Pferde. Nein, äh, ihr braucht einen Sattel und ich hab auch jetzt 3 eingepackt für uns. Das ist gut. Hä? Hab ich nicht Sattel? Äh, du hattest einen, den hab ich schon rausgenommen. Ich hab einen für dich. Ich hab normalerweise zwei. Ich hab 3 in der Endertruhe und 3 in meinem Inventar. Alter, was hast du denn eingestellt? Ähm, wir sind gelootet. Mir stellt sich jetzt aber die Frage, wo ist mein Pferd? Ja, ich hab aber einen Sattel müsste... Da ist einer von mir. Ich hatte nämlich zwei Sattel. Warte, ich guck mal nach. Vielleicht ist da noch eine Kiste drin. Aha! Skelette. Ähm, Peppi, hast du noch genug Zeit, dass ich mir noch 10 Kartoffeln braten kann für uns alle? Ich hab, äh, wir haben beide einen Stack Fleisch. Ich hab genügend, ich hab genügend. Du brauchst kein Essen. Ich brauch von... Ich schon. Weizen soll... Weizen, äh, warte mal. Hast du eine Weizenfarm in deinem Haus noch, gell? Äh, ja. Ja, gut, dann hol ich mir kurz Weizen. Ich muss mein Pferd irgendwo... Nee, das Weizen hab ich. Ich hab nur sechs Weizen. Das ist ja... Obwohl, hab ich noch was... Ich brauch... Ach, hier. Eins reicht mir. Wenn du mir eins vorbeibringen kannst. Nils, wenn du Cobblestone willst, ne? Ich hab, ähm... Neun Stacks bei mir in der Kiste. Peppi hinter dir. Peppi hinter dir. Peppi hinter dir. Ja. Problem gelöst. Sag mir nicht, dieses Scheißpferd löst die... Äh... Ja, tut's. Ich hätte einen besseren Vorschlag für deinem Pferd. Soll ich dir kurz zeigen? Mal? Nein. Das Pferd kommt jetzt hier rein. Du kannst es hier rein... Hier rein machen. Guck mal. Sag das dem Gold-Sombie. Creeper. Äh... Nix passiert. Achso, mein Minecraft-Ton ist aus. Deswegen hör ich mir. Klingt immer so heftig. Na, ey. Dann denkt man, das explodiert grad direkt neben mir. Das Pferd ist jetzt... Da drin. Und das... So, jetzt hab ich 40 Stacks. Steine auch noch dabei. Bei mir? Du weißt schon, dass das auslaufen kann. Nein. Natürlich. Ich hab die Platten abgebaut. Achso. Wir kriegen's auch nicht geschissen, oder? Ja, ich geh kurz mit Knochenmehl in deine Farm und hol mir ein wenig Weizen. Ich brauch nur ein Weizen. Ich renn schon zu ihm hoch. Warum brauchst du Weizen nochmal? Ähm, ich will gleich Schafe holen. In meiner Kiste kannst du dir auch mal Sachen raussuchen. Da ist nämlich genügend drin. Von Zeug, das du brauchst. Ich hab nämlich Cobblestone drin. Ich hasse es, wenn Spinnen von hinten kommen. Wir haben ein Stack Knochen in der Kiste. Ernsthaft? Ernsthaft. Ein Stack Knochen? Ja. Ja, dann ver... Oh, das ist ein Schweinchen. Verfackel das erstmal in Weizen. Ich hab jetzt 16 Weizen. Ich will jetzt los. Und wenn keiner von euch mitkommt, geh ich alleine. Ich bin jetzt eigentlich bereit. Ja. Ich bin bereit. Los geht's. Beförderung. Bin bei meinem Haus. So, zack. Das rein. Hey, Alex. Ähm. Ich mach doch nen Bullshit. Moment. Ich hab noch von Zombies irgendwas im Inventar. Brauchst du Essen? Äh, ja. Ich brauch immer Essen. Fünf Kartoffeln. Äh, ich würde sagen, ich knall meine, meine Ender-Augen. Entschuldigung, Felix. Alex, du hast hier grad so einen Schreckgeil gehackt. Entschuldigung, aber da gehst du einfach die Tür da aus und puff, Creeper. Was zum Fick, wieso brenne ich? Zombie. Brenner Zombie. Ja. Ähm. Pflasterstein. Wusste ich gar nicht. Pfeile. Äh, Knochenmehl kann ich auch rauslegen. Hört's tierisch, dass ich den Zellen und den Koordinaten nicht mehr wiederfinde. Ernsthaft, warum haben wir so viele Knochen? Ja gut, Peppy, ich bin bereit, ne? Ich auch. Hab, äh. Gut. Ich hab mich alles dabei. Mitkommen. Äh, Koordinaten von hier? Also, Nils, du baust in der Zwischenzeit die Brücke zu deinem Haus hoch, ne? Ähm. Treppe. Ähm, mach ich, wenn ich Zeit hab. Machst du erst sofort, Punkt. Und gib den Schweinen schön Essen, ne? Weißt du, weißt du, was ich weiß? Und vergiss nicht, immer das Feld abfahren. Wisst ihr, warum wir dumm sind? Und wenn die Katze raus muss zum Pinkeln, dann lässt du sie schön raus. Geht ihr jetzt alle drei? Ja. Ja. Und Jungs, lasst mal die Schafe da unten. Tut dir nix an, die will ich gerade holen. Ein Kommentar dazu. Spaß dabei, es wird nur sehr schwer. Ich überleg gerade, wo... Jetzt sieht's gerade so aus, als ob wir die angreifen. Die feuchte Brücke, das schlaffe Ende. Alles klar. Ich find's auch lustig, dass das schlaffe Ende, da weit es am längsten ist. Ist irgendwie unlogisch. Wo ist der Zettel? Das stört mich. Ist John jetzt eigentlich da? Ah ja. Ah, die denken jetzt alle wirklich... Ah, das ist das Dorf, das wir am Anfang gefunden hatten, ne? Nein. Ja, doch. War das wirklich ein Sanddorf? Ja. Okay. Moment, dann kann ich Sandstein abfarmen, das ist gut. Ja, mach das. Äh, Peppy... Und sogar edlen Sandstein. Ui, geil. Moment, muss farmen. Ah, das ist Alex, wo ist Peppy? Ah, da hinten. Das ist edler Sandstein. Edler Sandstein ist einfach geschliffener Sandstein. Sieht geiler aus und ist einfach wirklich sehr schön zum irgendwie... Ja, Leute, ich denk mal, das bringt nichts, wenn wir jetzt hierbleiben. Wir sollten weiter gehen dann aus Dorf suchen, oder? Ja, ich komm gleich nach. Ihr müsst mir nur mal wieder... Schmeißt mir Brotkum... Grummel... Ich hab keine Brotkummel da. Ja, dann schmeißt, äh, Dreckklotz. Baut Dreckpillows. Ich hab kein Dreck dabei. Boah, was hast du überhaupt, Kollege? Ich kann nur die Kakteen hinbauen, aber die sehen auch noch passend zur... Äh, passend aus, ähm, mit dem... Verkacktes Tretel. Peppy sucht und sucht und sucht... So, ich komme. Ich seh euch noch, ich kann auch so hinterher kommen. Das ist also die Wüste. Das ist so groß. Äh, Peppy, warte mal, du bist in die Richtung gelaufen am Anfang. Ja, wir müssen das ganze... Warum nehmen wir dir aber das Boot und schwimmen? Wir müssen konsequent in diese Richtung. Nein, wir müssen konsequent in diese Richtung, dann finden wir wahrscheinlich das Dorf noch wieder. Okay. Dörfchen. Dörfchen. Yeah. Glaub, ich mach gleich wieder meinen Shader an. Jo, Nils, wie geht's zu Hause so? Passt. Leben die Kühe noch? Welche Kühe? Wir haben Kühe? Ah, du hast dich getötet. Oh, du Schwein. Ja, Schweine haben wir. Achso, wir haben Schweine, keine Kühe. Auch schade. Wir haben Schweine, Kühe und Schafe jetzt. Schweine, Kühe und Schafe jetzt. Mannbärschwein. Wir haben eine eierlegende Wollmilchsau. Eine Wollmilchsau. Was soll die Wollmilchsau? Wir haben nur Haarmilch. Da sind Haare drin. Könnt ihr mal bitte auf mich warten? Ja, okay, dann warten wir kurz. Ich lauf weg. Ja, gut, dann warten wir auf dich. Und jump ich kurz den Berg hoch. Ich frag mich gerade auf, was für einen Zettel ich die Koordinaten geschrieben hab. Los, Schafe, folgt dem Führer. Weil wir viel zu schnell essen. Ja, du solltest nicht springen. Und auch ohne springen solltest du nicht springen. Doch, jetzt sieht's geil aus. Jetzt haben wir Shader an. Shador. Ja, es ist alles schattig. Du hast ein 1-7-2 an. 1-7-2-Forge, gell? Ja. Das sieht noch nicht allzu geil aus wie in den späteren Versionen, aber ich find, es reicht aus. Der Peppy ist irgendwie schneller als 6, find ich voll ungeil. Wahrscheinlich hat er sich in den Speedfrank reingeworfen. Ja, gell? Nein. Ich kenn den Peppy, Peppy-Schatzi. Ich bin einfach nur gradliniger gelaufen als du gerade eben. Über den Berg rüber. Ich würd' sagen, ich bin jetzt ziemlich... Ich glaub mal, ab dem Berg rüber rum. Hier sind Kühe. Schlachte sie. Ach was, brauche ich nicht. Ich schlachte die Kühe. Brauchen wir uns irgendwann. Na, aus der Entfernung holen wir uns die nicht, Alter. Das dauert Stunden. Ich bin in drei verschiedenen Richtungen jetzt gelaufen. Wir können aus dem 2 übrig lassen, das reicht aus. Wir haben tatsächlich in drei Richtungen... In drei Richtungen von... Ich will aber fucking schweilen auf Kühlfleisch. In drei Richtungen von unserem Dorf... Äh, äh, von unserem Haus ist mehr. In die Richtung sind das die Kühe, die am nächsten dran sind. Ich dachte gerade, das Schaf hat gerülpst, Alter. Dann haben wir noch drei Kühle. Ja, es war das Schaf. Komm, Musik und Geräusche ist auf 3%, aber... Alter, diese Legs, Mann. Ey, 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 ich hab Pferde gefunden. Wo? Leute, es sind drei Pferde. Bringt die mal mit, ich kann hier einen schönen Pferdestall machen. Äh, welche Richtung? Ähm, ich bin am Berg vorbeigelaufen. Rechts oder links? Ja, rechts. Ja, Peppi, du hast drei Sattel dabei, ne? Ja, gut. Drei Pferde, Punkt, genau. Was haltet ihr von dem Vorschlag, wenn ich hier oben auf diesem kleinen Berg, wenn wir da so ein kleines Dorf machen, der das ein Haus hat? Wo seid ihr? Ich hab meine Minislasche unten im Tal. Äh, nein, ich baue mein Haus gerade unten. Und du hättest das mal bedenken müssen, dass wir unsere Häuser unten alle bauen und nicht einfach ignorant dein Haus oben bauen sollen. Oh, es sind sogar vier Pferde, da fällt man gerade auf. Aber die Aussicht war so schön. Ich hab keine Ahnung, wo du gerade bist, Alter. Ich hab auch keine Ahnung, wo er ist. Ich versuche jetzt irgendwie so, äh, mich irgendwo hochzubauen. Ich geh kurz auf den Berg drauf. Ja, ich versuch's gerade, ich muss halt nur den Berg hochklettern. Ja, ich geh auch erstmal einen Berg drauf. Ich versuch den Berg hochzukommen, denn ihr gerade hochgeklettert seid. Ah, dann bist du weiter hinten. Bei dir sind, äh, sind bei dir kakt, äh, ich kann dich kaktieren. Kürbis in der Nähe. Kühe sind hier bei mir in der Nähe. Ja, Kühe sind hier. So, da hinten, hey, 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 hey. Hier denn? Rechts, links. Hallo. Ja, springe ich gerade? Ah, da, da ist einer. Okay, shit. Ah, doch, ich seh ihn, ich seh ihn. Da ist einer. Wobei, äh, mach mal zwei Fliegen mit einer Klappe und nehmen gleich die Kühe irgendwie mit. Nee, können wir nicht. Äh, wir haben keine Schäden. Wir müssten jetzt ein Swamp-Biom suchen. Wo ist denn jetzt? Äh, reiz dazu nicht Weizen? Hallo, wo sind Pferde? Ja, aber dafür können wir nicht auf den Pferden reiten. Wo sind Pferde? Wenn wir Fäden haben, geht das Ganze viel besser. Wo sind Pferde? Mitkommen. Was, was meinst du? Du bist auf der falschen Seite des Berges runter. Was fehlt denn für die Pferde? Nichts. Ah, okay. Hier. Ich nehm das, ich nehm das, das braun-weiße. Also das hier. Wir haben ne Eierfarm? Ich nehm das hier. Meins ist ja eigentlich schon zu Hause. Ja. Also, ist eins für Nils. Oh, ihr müsst die Hand frei haben, ne? Achso, stimmt ja. Was bringt er nochmal? Weizen? Äh, Paarungsbereitschaft. Aber wir müssen ja erstmal nur reiten. Okay. Am Anfang haben sie ja eine nullprozentige Chance, dass du es tame kannst. Kannst du mir ein Dings geben? Wie geht das? Erstmal müsst ihr es tamen. Ah, ich hab meins schon getamed. Ja, ich hab meins auch schon getamed, aber ich brauch nen Sattel. Danke. Du musst so lange auf dem Teil drauf sein, dass du bis Herzen kommst oder du es mit E öffnen kannst. Wunderbar. Alex? Kannst du es mit E öffnen? Ja. Hast du zufällig Holz? Ja. Dann leg das mal an. Hat irgendjemand von euch Holz? Nein, du musst zu farmen gehen. Ich hab Holz, aber ich will es verhalten. Da 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 da. Hä, das ist die falsche Richtung, oder? Wuihi. Jetzt lass mal nen Swamp-Biom suchen. Kommt ihr? Einen zu schuladen. Ich kann mein Scherz sichern. Äh. Nein, nein. Wir müssen jetzt nen Swamp-Biom suchen, sonst hätten wir keine Fäden, um die überhaupt irgendwo anzuleihen. So. Äh, irgendwie. Oh, shit, wir müssen hier rüber. Kann ich das heilen? Sieg heil. Mit Möhren, oder? Äh. Essen auf jeden Fall. Ja, aber was für Essen bitte? Johnny! Du musst das rüber. Los, Drago! Kommst du da jetzt mal bitte? Wo seid ihr? Alter, ernsthaft. Was machst denn du eigentlich immer? Wir sehen dich hier. Darf ich schon nicht weg? Ja, vor dem haben wir dich gesehen. Jetzt sehen wir dich nicht mehr. Ach, Mann. Dreh um und guck nach rechts. Die Musik, die gerade bei mir läuft, passt. Da, wo du die... Dun-dun-dum-dum-dum-dum-dum.